In diesem Video werfen wir einen kurzen Blick auf das TT-Netz WM-Ultra von YOLA. Das YOLA WM-Ultra liegt mit knapp 60 Euro im gehobenen Preissegment. Im Lieferumfang befindet sich neben den zwei Netzhalterungen und dem eigentlichen Netz auch noch eine Netzlehre. Alles ist fertig zusammengebaut und bereit für die Montage am Tisch. Die silbergrauen Netzhalterungen hinterlassen einen äußerst soliden und massiven Eindruck. Die Drehknöpfe an den Schraubzwingen sind schön groß gestaltet und liegen somit angenehm in der Hand. Die Netzpfosten sind im Gegensatz zu den meisten anderen Netzen nicht rund, sondern quadratisch im Querschnitt. Das schwarze Netzgewebe wirkt mit dem oberen weißen Netzsaum sehr dezent und unauffällig. Die gummierten Halterungen liegen fest am Tisch an, sind leicht auszurichten und bleiben zuverlässig in Position. Neben der Spannschnur, die eher unauffällig daherkommt, gibt es an den Netzpfosten eine durchdachte Besonderheit. Die inneren Netzpfosten werden durch jeweils eine Gummisicherung vor dem Herausrutschen geschützt. Mit dem YOLA WM Ultra bekommt ihr ein hochwertiges, robustes und schickes Netz, das sicherlich etwas teurer ist, dafür aber in Sachen Langlebigkeit punkten sollte.